Seien Sie nicht überrascht, dass Onkel Puffy heute in TV anders aussieht. Heute ist nicht moderierend. Tyrann springt für Sebastian Puffpuff ein. Sebastian Puffpuff scheitert für die heutige Show am 9. November 2022. Der TV-Total-Host ist krank und muss daher leider suspendiert werden. Aber eine großartige Ersatz-Moderatorin repräsentiert ihn, Michael Bully-Herbig. Als einer der besten und beliebtesten Entertainer in Deutschland ist Bully eine würdige Darstellung. Erst kürzlich zeigte er sein einzigartiges Entertainment, Talent auf ProSieben zusammen mit Rick Cavanion. Sebastian Puffpuff musste wegen Krankheit innehalten. Zu dieser Zeit dürfte die Long-Time-Show-Praktikantin Elton TV-Total moderieren, was für ihn eine ganz besondere Erfahrung war. Folge verpasst? Kein Problem. Registrieren Sie sich jetzt und suchen Sie kostenlos nach Ihrer Lieblingsshow. Heute 15 Minuten später, Fernsehen. Heute Abend gibt es auch eine weitere besondere Funktion. TV-Total beginnt erst um 20, 30 auf ProSieben. Zwei weitere Entertainer sind dafür verantwortlich. Joko und Klaas haben den Sender seit 15 Minuten gewonnen. Aufgrund ihres Sieges gestern bei Joko und Klaas gegen ProSieben können sie nach ihren eigenen Wünschen erneut eine Viertelstunde des Programms machen. Nur dann ist Tyrann mit TV-Total. Ist Sebastian Puffpuff bei der Vogue-Weltmeisterschaft? Für Sebastian Puffpuff ist Ruhe die Tagesordnung. Bereits am Samstag, den 12. November 2022, steht The TV-Total Walk World Cup an. Onkel Puffi hat schon viel dafür trainiert und er will sie definitiv nicht vermissen. Es ist jedoch noch nicht klar, ob er aufgrund von Krankheiten nicht teilnehmen kann. In jedem Fall verwendet TV-Total eine fantastische Darstellung mit Bully. Das Programm mit Michael Bully Herbig ist um 20, 30 auf ProSieben und Join erhältlich. Nach der Übertragung können alle ganzen Episoden von TV-Total auch kostenlos online gestreamt werden. Bis zum nächsten Mal.